okay hallo leute ich wollte jetzt mal noch kurz von mir aus ein statement abgeben und zwar bekomme ich jetzt dann doch schon öfter mal nachrichten auch von mädchen die mir auf insta schreiben und fragen ob man noch mit mir befreundet sein kann und ich wollte jetzt nur sagen nee weil ich habe halt eine freundin also meine beste freundin romina die ist mega cool die kennt bestimmt hübsch ist sie auch voll und die reicht mir total ich will niemand anderen kennenlernen deswegen die sollen die entfolgen soll entfolgt mir und schreibt mir am besten nie wieder bitte wirklich wirklich nicht lasst es tschüss tschüss sagt das freiwillig war es war voll freiwillig aus meinem eigenen willen und interesse okay tschüss eure livia